Wenn man als Großstädter mit Menschen vom Land übers Wohnen oder Mieten spricht, dann erntet man oft Fassungslosigkeit, auf jeden Fall aber Mitleid über diese teilweise absurden Preise, die man in Städten wirklich für die letzten Buden ausgeben muss. Schauen Sie mal hier. In diesem Mietshaus kann man eine Wohnung im ersten Stock mieten. Hamburg, St. Pauli. Zwar berühmt-berüchtigt der Stadtteil, aber jetzt nicht unbedingt Hamburgs feinste Adresse. Ein Zimmer, 29 Quadratmeter. Was meinen Sie, was das kostet? 700 Euro kalt. Das sind 23 Euro den Quadratmeter. Das ist krass. Vor allem, wenn man weiß, dass die baugleiche Wohnung vor ein paar Jahren noch 300 Euro Miete gekostet hat. Wie kann das sein? Schließlich hat der Staat ja extra die Mietpreisbremse eingeführt. Aber wie es scheint, bremst sie nicht richtig, sondern bei trickreicher Anwendung beschleunigt sie sogar. Johannes Edelhoff und Annette Kammerer. Hamburg-Hamm. Ein Stadtteil, der noch bezahlbar ist. Sehr viele Alleinerziehende wohnen hier. Menschen mit geringem Einkommen. Einfache Wohnungen für wenig Geld. So funktionierte es jahrzehntelang. Auch in diesem Haus. Die Drei-Zimmer-Wohnung im dritten Stock kostete bisher 735 Euro. Doch inzwischen wurde das Haus verkauft an einen Investor. Zwei Stockwerke tiefer kostet eine baugleiche Wohnung jetzt fast doppelt so viel. 1200 Euro Kaltmiete. Immerhin, sie wurde luxussaniert. Sieht gut aus. Aber was auffällt? Immer mehr einfache Wohnungen werden gerade teurer. Und wenn mal eine Wohnung günstig ist, sieht es bei Besichtigungen mittlerweile so aus. Dabei gibt es eigentlich ein Gesetz, das Mietsuchenden helfen soll, eine günstige Wohnung zu finden. Die Mietpreisbremse. Sie legt eine Höchstgrenze für Neuvermietungen fest. Was klappt da nicht? Das kommerzielle Verbraucherportal Conny überprüft für Mieter, ob Vermieter die Mietpreisbremse einhalten. Das Problem, die Mietpreisbremse hat eine Ausnahme. Denn wenn man eine Wohnung umfassend modernisiert, gilt die Mietpreisbremse nicht. Wir beobachten relativ deutlich, dass immer mehr Vermieter sich auf die sogenannte Modernisierungsausnahme berufen bei der Mietpreisbremse. Das bedeutet, die Mietpreisbremse gilt nicht bei einer sogenannten umfassenden Modernisierung. Und das ist eines der wenigen Gesichtspunkte, die ein Vermieter sozusagen selbst steuern kann. In Hamburg etwa finden wir viele Fälle. Dieses Hochhaus aus den 70ern steht auf St. Pauli. Die Vierzimmerwohnung soll laut Mietspiegel eigentlich nur 586 Euro kosten. Doch der Vermieter verlangt 1750 Euro kalt. Oder diese Wohnung direkt an einer sechsspurigen Straße in Hamburg-Hamm. Für 60 Quadratmeter sind laut Mietspiegel 462 Euro angemessen. Doch die Wohnung kostet 1150 Euro kalt. Wir überprüfen mehr als 6000 Wohnungen. Alle, die bisher in diesem Jahr auf dem Hamburger Markt angeboten wurden. Viele sind zu teuer. Für 41 Prozent der Wohnungen wird mehr verlangt, als die Mietpreisbremse eigentlich erlaubt. Ist das nur in Hamburg so? Wir machen eine weitere Stichprobe in Süddeutschland. In Heidelberg am Neckar überprüfen wir ebenfalls alle Wohnungsangebote. Mehr als 260. Hier sind sogar 87 Prozent der Wohnungen teurer, als ohne die Ausnahmeregelung erlaubt wäre. Unsere Recherchen zeigen, die Mieten steigen besonders in einfachen Vierteln. Wo das Wohnen bisher günstig war, wird saniert wie verrückt. In Berlin hat der Wohnungsforscher Christoph Trautvetter die Modernisierung systematisch ausgewertet und sieht die Entwicklung mit Sorge. Das Problem ist, die Art der Modernisierung und welche Modernisierungen durchgesetzt werden, das richtet sich nicht nach dem Bedarf der Mieter, sondern es richtet sich vor allen Dingen nach dem Kosten- und Mietsteigerungsbedürfnis des Vermieters. Das neue Bad, obwohl das alte Bad noch in Ordnung ist, und sind die Modernisierungen, die eben der Vermieter braucht, um die Mieten maximal steigern zu können. Oder ein zweites Bad. Hauptsache die Mietpreisbremse lässt sich aushebeln. Besonders eine Firma scheint ein Geschäftsmodell daraus gemacht zu haben. Achelius. Ein milliardenschwerer, weltweit agierender Immobilienkonzern. Das Geschäftsprinzip? Die Firma kauft günstige Häuser und modernisiert sie dann zu Luxusobjekten. Das beobachten auch Mieter aus diesem Hochhaus in der Hamburger Siedlung Steilshoop. Bisher kein teurer Stadtteil. Kommt neue Heizung rein, die Bäder werden neu gemacht, Küche wird neu gemacht, Fußboden. Oben im zweiten Stock, die ist jetzt auch wieder neu vermietet, die ist die gleiche Größe, die wir haben. Ich meine, die kostet jetzt so um die 1200 Euro. 1200 Euro? Ja. Und Sie zahlen ungefähr 600? 640 oder sowas. Achelius hat 40.000 Wohnungen in Deutschland und gibt uns ein Interview. Wir werden in ein Haus in Berlin eingeladen, auf das der Konzern offenbar stolz ist. Alles sei vom Feinsten. Das Ganze ist, ich würde sagen, angelehnt, das ist skandinavischer Design. Das heißt, schnörkellos, modern, ist natürlich auch universell. Das heißt, wir bilden das Ganze natürlich auf viele Geschmäcker ab. Better Living, ein besseres Leben, das ist das Motto von Achelius. Das kostet 19 Euro pro Quadratmeter hier. Laut Mietpreisbremse wären 10 Euro vorgesehen. Es gibt ja Leute, die Ihnen vorwerfen, Sie umgehen mit Ihrem Prinzip gezielt die Mietpreisbremse. Das stimmt so nicht. Was Achelius bietet, sind hochwertig modernisierte Wohnungen. Aber Sie umgehen, also sozusagen, Sie nutzen damit ja jedes Mal die Ausnahmen in der Mietpreisbremse. Nochmal, Achelius hat sich darauf spezialisiert, hochwertig modernisierte Wohnungen zu vermieten. Und das ist das, was die Mieter von uns verlangen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass es an bezahlbarem Wohnraum fehlt. Also an einem Wohnraum zwischen 5 und 7 Euro pro Quadratmeter. Gar keine Frage. Die Frage ist nur, wer schafft diesen Wohnraum. Und das kann nicht der private Vermieter sein. Das muss in der Politik liegen. Klingt logisch. Für jeden wird was geboten. Problem nur, Wohnraum ist begrenzt. Umso mehr saniert wird, umso weniger bleibt für den Rest. Nicht das Problem der privaten Vermieter? Doch. Im Grundgesetz heißt es ja deshalb, Eigentum verpflichtet. Das hat auch lange funktioniert. Deutsche Städte leben ja eigentlich davon, dass sie sehr gut durchmischt sind. Und was wir jetzt gerade sehen, ist der weltweite Trend, dass eben die sozial Schwachen an die Randgebiete verdrängt werden, so wie in vielen anderen Städten in Paris, in London dann Problemzonen entstehen. Es gab 2015 eine Anzeige für dieses Haus, da hat die Wohnung 8,90 Euro gekostet, den Quadratmeter. Jetzt sind wir bei 18,19 Euro. Das heißt, Sie sind konkret derjenige hier, der den bezahlbaren Wohnraum vernichtet. Das stimmt so nicht. Dieser Wohnraum ist bezahlbar. Es gibt in Deutschland Mieter, Leute, die sagen, ich möchte in einer hochwertig sanierten, modernisierten Wohnung leben. Mit einem schönen Boden, mit einer schönen Küche. Und diese Wohnung wird nachgefragt. Aber für den Normalverdiener ist das hier alles nicht bezahlt. Ich habe größtes Verständnis für die Leute, die sich nicht die Wohnung leisten können, die sie haben möchten. Allerdings hat sich Arkelius darauf spezialisiert, Wohnungen hochwertig zu modernisieren. Mag sein, aber jede teuer modernisierte Wohnung ist eine bezahlbare weniger. Und diese Verschiebung ist schon in vollem Gange, wie die Daten bei den Mieterberatern zeigen. Wir haben das bei Conny einmal analysiert mit unserer Datenbank abgeglichen und festgestellt, dass seit der Verschärfung der Mietpreisbremse wenden deutlich mehr Vermieter die Modernisierungsausnahme an. Oder behaupten das zumindest. Nach unseren Daten sind es fast 100 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Das zuständige Bundesjustizministerium will dazu kein Interview geben. Zweifelt offenbar daran, dass die Mieter die teuren Luxusmieten überhaupt bezahlen. Es schreibt, Unsicher? Nun wurde eine neue Studie der Stadt Hamburg bekannt. Das Ergebnis, die Mietpreisbremse sei nahezu wirkungslos, führe zu teureren Wohnungen, also wohl doch ziemlich sicher. Wenn Sie sich noch mal einen Eindruck machen wollen, wie unverschämt viel Miete für so manche Wohnung aufgerufen wird, wir haben auf panorama.de eine kleine Galerie von überteuren Wohnungen in Hamburg zusammengestellt. Wir sind eins. ARD.